Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch hier von der Uni Rostock und wir werden hier heute beim Sommerfest der Biologen auftreten. Wir freuen uns schon drauf, haben noch eine halbe Stunde Zeit und dann geht's auf die Bühne und ihr könnt gespannt sein. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich passend zum Anlass. Wir haben unsere Akustik-Gitarren mitgebracht und wollen die Leute mit ein bisschen entspannterer, zarterer Gitarrenmusik versorgen. Viel Spaß dabei! Du bist nicht du selbst, nur wie es ihm gefällt. Er kennt sich nicht wieder, was deinen Halt bestellt. Musst es so viel bestehen, deine Gedanken verdrehen. Bist so oft Verlierer, auf der Stelle gewonnen. Wir suchen nach Liebe und finden Geduld. Glauben immer, der andere sei schuld. Und weil uns nichts mehr bewegen kann. Glauben wir, was gehen uns Gefühle an? Ist doch alles nur verlogen. Mach dich, stell diese Scheiße je wieder an. Und wenn du heute nach Gewogenheit gibst, dann nur weil du dich selbst belöst.